Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zum Thema LS25 und Technik. In diesem Video möchte ich einmal beleuchten, warum gibt es denn den LS25 nicht mehr für die alten Konsolen, also PS4 und Xbox One. Und ich möchte in diesem Video auch einmal beleuchten, was brauchen wir PC-Spieler denn? Also reicht mein PC noch aus? Sollte ich den jetzt aufrüsten oder kann ich da mit den LS25 noch ganz entspannt zocken? Und das möchte ich alles in diesem Video beleuchten. Ich hoffe, du hast Bock auf dieses Video, vielleicht kann ich dich noch ein bisschen fortbilden. Däumchen nach oben, wäre fantastisch, würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn du den LS25 kaufen möchtest, dann tu das gerne über den Link in meiner Videobeschreibung oder über den Link in dem angepinnten Kommentar. Ich möchte direkt schon mal spoilern, die Konsolen werden hier richtig fett wegbekommen. Also es ist nicht böse gemeint, aber die Konsolen werden hier wirklich nicht gut bei wegkommen, insgesamt nicht. Es ist so, ich habe in vielen Kommentaren unter meinen Videos und den Chords und den TikToks und so ganz oft das Kommentar gehabt oder den Typos-Kommentar gehabt. Kommt das denn auch noch für die PS4 raus? Oder wann kommt das denn für die Xbox One raus? Und warum kommt es denn nicht mehr für die PS4 raus? Und das kann man sehr schnell und einfach eigentlich runterbrechen. Die PS4, ich werfe jetzt PS4 und Xbox One einfach in einen Topf, rühre das einmal um und jetzt nennen es nur noch PS4, damit wir hier schneller vorankommen. Die PS4 kam am 15. November 2013 raus. Das ist, wenn der LS25 rauskommt, zum Release vom LS25, zwölf Jahre her. Die PS5 kam im 19. November 2020 raus. Heißt, wenn der LS25 rauskommt, ist die PS5 auch schon vier Jahre alt. Vier Jahre in der Technikwelt ist im Vergleich zu deiner Tochter und deiner Ur-Ur-Ur-Großmutter. Vier Jahre in der Technikwelt ist eine gigantische Zeitspanne, wo extrem viel passiert. Damals, als die PS5 rauskam, war immer der technische Vergleich mit der RTX 2070. Das ist tatsächlich auch das, was empfohlen wird für den PC. Dazu kommen wir aber jetzt gleich nochmal, weil empfohlen für den PC ist in meinen Augen nicht gut. Und also die PS5 wurde damals immer verglichen mit der RTX 2070, so von der Rasterisierungsleistung. Das Ding ist, die RTX 2070 ist aus heutiger Sicht eine Krücke mit einem kaputten Krückstock. Also meiner Meinung nach. Wir reden hier, wenn ich jetzt die RTX 2070 mit der RTX 4070 vergleiche, welche ja das aktuelle Mittelklasse-Modell ist, reden wir davon, dass die RTX 4070 über 80% schneller ist als die 2070. Damals war es tatsächlich auch so, dass die Sprünge zwischen den Grafikkarten noch gar nicht so groß waren. Das heißt, die RTX 2080 war gar nicht so viel schneller als die 2070. Heute ist das anders. Eine RTX 4080 ist bedeutend schneller als eine RTX 4070. Die Sprünge da sind deutlich größer. Sprich, der technische Fortschritt in den Grafikkarten ist heutzutage noch deutlich, deutlich größer. Dazu kommt es, dass die RTX-Grafikkarten einen immensen Vorteil gegenüber den Konsolen haben. Und zwar das Thema DLSS oder hier das Frame Generation von AMD, das besitzen die Konsolen alle nicht. Das ist ein weiterer technischer Vorteil gegenüber die Konsolen. Und genau das ist auch der Grund, warum wir für die PS4-Xbox One den LS25 nicht mehr haben werden. A, die Dinger sind unendlich veraltet, also die sind technisch auf dem Stand, das ist nicht feierlich. Und da muss bei der Entwicklung drauf Rücksicht genommen werden. Und irgendwann muss man auch einfach sagen, das können wir nicht mehr. Wenn wir einen Fortschritt haben wollen, müssen wir alte Systeme weglassen. Und genau das hat Giants das gemacht. Die haben gesagt, jo, PS5 ist vier Jahre jetzt bald draußen. Irgendwann muss man umsteigen und wir können nicht nochmal entwickeln auf der Basis von uralten Konsolen. Denn, wie gesagt, man muss auf diese alten Konsolen den Rücksicht nehmen in der Entwicklung. Was einfach bedeutet, es gibt keinen Fortschritt. Es wurde noch bei Weitem nicht alles angekündigt, was irgendwie kommen wird. Es wird ganz oft von einigen getan, so, das wird jetzt angekündigt und mehr kommt nicht. Das war jetzt das ganze Spiel, aber es stimmt ja nicht. Der Schacki, der Chris, hat ja schon im Interview zum Beispiel mit Randy erzählt, dass da definitiv noch mehr kommen wird. Und dass hier und da, also zum Beispiel, dass einiges geplant ist bezüglich des dynamischen Bodens, ist zum Beispiel auf der FarmCon einiges geplant, dort ein bisschen was zu zeigen. Also da kommt definitiv noch mehr technisch, aus technischer Sicht. Denn möchte ich das Ganze aus PC-Sicht nochmal dar spiegeln, falls du interessiert an einem PC bist. Ich habe ja einige PCs dieses Jahr schon gebaut und auch auf YouTube. Und ich glaube, ein PC ist so der perfekte Einstiegs-PC für den LS25, was das angeht. Den werde ich auch nochmal mit anpinnen in die Kommentare, das Video. Und zwar, das ist mein 1000-Euro-PC, den ich gebaut habe für den Arbeitskollegen. Ich glaube, das ist der perfekte Einstiegs-PC für den LS25. Ich würde leistungstechnisch aber nicht da drunter gehen, weil, ihr wird gesagt, dass eine RTX 2070 von der Leistung her ausreicht. Allerdings, empfohlen bedeutet eigentlich immer Full HD 60 FPS. Full HD ist mittlerweile jetzt auch nicht mehr Stand der Dinge. Die meisten werden sich jetzt, wenn sie was Neues kaufen, entweder einen WQHD oder einen 4K-Monitor oder Fernseher kaufen. Also Fernseher, so eher 4K, aber im Monitor-Bereich wird es dann eher WQHD oder 4K sein. Da ist eine 2070 mit komplett überfordert. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Also empfohlen heißt eigentlich, dass wenn ihr den LS25 Vanilla installiert, ihr habt keine Mods, keine Vierfachkarten und so weiter und so weiter, dann werdet ihr wahrscheinlich in Full HD irgendwie an die 60 FPS kratzen. Was nicht so berauschend ist. Das heißt, man kann ruhig ein bisschen darüber gehen. Mit der RX 7700 XT, die ich in diesem PC verbaut habe, sind wir ein ganzes Stück drüber. Dort wird auf jeden Fall ein bisschen mehr gehen. Da werden wir den WQHD 60 FPS eigentlich gar keine Probleme haben. Wir brauchen den Intercore i7 10700. Das Ding ist schon ein altes Eisen, genauso wie der Ryzen 5 1500X. Was auch ein wirklich, wirklich altes Eisen ist. Also die beiden spielen eigentlich gar nicht in derselben Liga. Wundert mich, dass die hier zusammengewürfelt wurden. Wir brauchen 12 GB RAM. Die sollte eigentlich heutzutage jeder haben. 16 GB ist wirklich schon das Minimum, was ich heutzutage verbauen würde. Dafür sind neue Spiele auch teilweise einfach zu hungrig. Wie gesagt, Grafikkarte haben wir die RTX 2070 oder die 5700 XT. Die Intel Arc 750, also die A750 ist hier auch noch mit aufgelistet. Allerdings, ich muss euch nach wie vor einfach von der Intel Arc abraten. Die sind treibertechnisch mittlerweile ganz gut, muss man wirklich sagen. Allerdings, das ist ein schwieriges Thema. Die Intel Arc, schwierig. Dann wird DirectX 12 vorausgesetzt. Das ist aber auch ganz normal heutzutage. Wer was halbwegs aktuelles im PC hat, der wird DirectX 12 auch benutzen können. Und Arbeitsspeicher haben wir hier 45 GB. Das sind jetzt die empfohlenen technischen Daten. Wir könnten jetzt auch an die Mindestanforderungen rangehen. Mindestanforderungen möchte ich allerdings auch gar nicht drauf eingehen, weil Mindestanforderungen bedeutet für mich, dass das irgendwie nicht spielbar ist, ehrlich gesagt. Wie gesagt, selbst die empfohlenen Systemvoraussetzungen sind für mich eigentlich so nicht spielbar. Also sind spielbar, aber sind nicht gut. Also da geht dann definitiv immer noch mehr. Habe mir vorgenommen, zum Release vom LS25 einen neuen Monitor zu kaufen. Ich habe einen ziemlich guten Monitor, der auch unendlich teuer ist. Allerdings ist das kein OLED-Monitor und ich ärgere mich jeden Tag darüber, dass es kein OLED-Monitor ist. Ich habe den Anfang des Jahres gekauft, der hat 1300 Euro gekostet. Und es ist kein OLED-Monitor, sondern ein Monitor, der halt speziell für Videoschnitt und so gedacht ist. Und ja, ich will einen OLED-Monitor. Es gibt denselben Monitor nochmal als OLED-Monitor. Der kostet noch ein bisschen mehr. Und den werde ich mir zum Release vom LS25 kaufen. Reine Side-Info bringt euch gar nichts. Also, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ihr habt jetzt ein bisschen die technische Daten. Ihr habt ein Video von mir, wo ich einen PC für euch baue. Und wo ich erkläre, wie man den PC baut. Und euch auch einmal zeige, was man da so reinstopfen kann, damit ihr den LS25 ganz gut zocken könnt. Denn haben wir das Thema Konsolen abgehakt. Was wir vielleicht nochmal ansprechen können, ist das Thema Konsolen und Erwartungen an den Konsolen. Denn mit jedem neuen LS wird ja irgendwie auch so ein bisschen erwartet, dass der Gap, die Spalte zwischen PC und Konsole geschlossen wird. Dass die Konsolenspieler alle Mods bekommen, die auch der PC-Spieler bekommt. Leute, das wird niemals geschehen. Nie. Nie. Ihr werdet genauso schlecht oder genauso gut ausgestattet, was Mods angeht, wie im LS19, wie im LS22. Da wird, es wird nicht besser. Das liegt aber auch nicht an Giants, das liegt an den Konsolenherstellern. Die Konsolenhersteller erlauben zum Beispiel Marken nicht, die nicht im Spiel integriert sind. Beziehungsweise, was die Marken angeht, da liegt das tatsächlich an Giants. Das liegt aber auch daran, dass ihr die Mods über das Spiel selber bekommt. Ihr bekommt das jetzt nicht über eine externe Internetseite, sondern ihr bekommt diesen Mods von dem Spiel selber. Und da ist es ja so, das Spiel kann euch ja nicht Sachen geben, wofür die keine Lizenz haben. Und wenn die jetzt zum Beispiel keine Lizenz für Mercedes haben, dann werden die euch auch keine Mercedes zur Verfügung stellen können. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, dass das sonst eine dicke, fette und ziemlich teure Klage geben würde für Giants. Und das macht ja auch keinen Sinn. Dementsprechend, alles, was nicht eh im Spiel vorhanden ist, werdet ihr als Konsolenspieler auch nicht als Mod bekommen. Natürlich kann es jetzt sein, dass wir durch neue Funktionen im Spiel eh neue Sachen bekommen. Und darauf können die Modder aufbauen und das irgendwie so ein bisschen hinfuschen, sodass ihr auch wieder neue Funktionen bekommt. Das heißt jetzt ja nicht, dass ihr nicht irgendwie mehr bekommt. Ihr werdet mit Sicherheit mehr bekommen, allein dadurch, dass das Spiel mehr bietet. Allerdings wird es trotzdem immer noch diesen Spalt zwischen PC und Konsole geben. Einfach weil die Mods für die Konsole müssen auf das Spiel basieren. Die Mods für die PC-Spieler müssen nicht zwangsläufig auf das Spiel basieren. Die PC-Mods können Skripte beinhalten, die das Spiel selber gar nicht vorsieht. Und das ist so ein Punkt zum Beispiel, was die Konsolenhersteller, das liegt nicht an Giants, das liegt an den Konsolenhersteller. Die Konsolenhersteller sagen, wir wollen bei Mods keine spielfremden Skripte haben. Das liegt einfach darum, dass Sony jetzt sagt, Sony verkauft euch jetzt eine PS5. Und Sony sagt, das Ding sollst du hinstellen, das Ding sollst du anschließen und du sollst uns nie wieder kontaktieren wegen irgendetwas. Das Ding soll laufen, laufen, laufen und das Ding soll einfach keine Probleme machen. Allerdings, wenn du jetzt ein Skript installierst, was nicht zum Spiel dazugehört und das macht Probleme, dann wärst du A, Giants auf den Keks gehen damit und dann wärst du B, vielleicht sogar auch Sony damit auf den Keks gehen. Und genau deswegen sagt Sony, nee, nee, gibt es nicht. Um das jetzt mal ganz dumm zu erklären. Also Sony und auch Microsoft erlauben keine Skripte, die nicht auf das Spiel basieren. Dementsprechend wird es auch einige Mods nicht für die Konsole geben. Das ist einfach so. Okay, eigentlich ist dieses Video ein riesen Downer für die Konsolenspieler und ein was auch immer für die PC-Spieler. Hat euch dieses Video irgendwas gebracht, schreibt es immer in Kommentare und wisst ihr was? Wenn du einen Kommentar schreibst, dann hast du die Chance, einen LS25-Key zu gewinnen. Auch in diesem Video werde ich einen LS25-Key verlosen. Also schreibt einen Kommentar. Und wenn du dich nicht auf dein Glück verlassen möchtest, dann kauf einfach den LS25 über meine Links. Du zahlst nicht mehr und ich gewinne an Credits bei Giants. Ist eigentlich ein ganz geiler Deal. Das ist ein ganz geiler Deal. Vielen Dank.